... verabschieden, verstoßen. Für diese wichtigen Glaubens, die das Abschieb bietet, der Saarum, den Raum, eine schuldvolle Trottistin. Der Kirche-Mittrufungsraum ist besonders ein Veranstaltungsraum für Konzerte, musikalische Aufführung, örtlicher und unterhaltsvoller Künze. Das Konzert der vier Küre, bereitet von Thomas Bernalian am Sonntag, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie können sehr viel gering den sakralen Ort, auch als bisherige Gegendungsmittel, schätzen. Für viele Menschen ist die fachliche Heilig-Sandament zu dem Raum und Schutzraum, in dem sie meditativ verständlich hinzugefügt, vor dem geschehen ist, die uns auch im Haushalt eines Menschen. Der Saarum ist auch vor allem die Kirche der Pfarrei Heilig-Sandament, ihrer Gemeinde, ihrer Pfarrer, Pfarrer und ihr. Die Pfarrgemeinde ist bekannt und das große Engagement kann ich wieder im sozial- und gesellschaftlichen Bereich, wie wir sie heute auch wieder erleben. Ich danke daher allen, die den Superstall und der Brüder der Pfarrer Heilig-Wagen haben und all denen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten in der Pfarrer einer Heilig-Sandament magieren. Stellverfindung nenne ich heute, was nur die Erdjahre und Auffahrt von Pfarrer und die Wagen. Der Saarum ist das markante Bauchwerk und die städtebauliche Dominante in unserer Innenstadt. Deshalb wird die Planung der Stadt in den nächsten Jahren, schon so weit in der Frühstatt, in unserer Innenstadt, mit Weintracht, Berlin, Graz und Schulstraße, mit Blick vom und mit Blick hin zu Saarum als zentral und als Schutzraum erfolgen. Für mich persönlich ist unser Saarum auch ein besonderes Stück Heimut. Seine majestätische Ausstrahlung, sein markantes Glockengeläut, die vielen Gottesdienste in dieser großartigen Kirche mit ihrem besonderen Altarraum hat mich und hat weiterhin fasziniert. Viele insbesondere kirchenmusikalische Konzerte sind mir unvergesslich erinnert. Der Saarum ist das zeitlose, religiöse, kulturelle, meditative und städtebauliche Zentrum in unserer Stadt. Ohne den Saarum wäre übrigens nicht das, was es ist. Herzlichen Glückwunsch der Pfarrei eines Sakraments, der Pfarrei und dem Saarum, alles Gute für die Eintracht und Schöpfung. Vielen Dank.